Und damit seid gegrüßt mit dem Zwergegenommener Hobbits. Und natürlich auch Eggelodon zu M9 Part. M9 Part Super Mario Party mit dem Zwergenfürst. Wen haben wir denn hier? Diddy Kong. Sehr früh, ich bin Diddy Kong. Ich bin etwas spät dran. Darf ich mitkommen? Auf gehts. Ich wollte eigentlich Monty Maulwurf nehmen, aber... Die Kong, der kann auch gerne mitkommen. Von mir aus. Die Kong ist jetzt bereit für die Party. So schauts aus. Dann müssen wir nur mal den Charakter wechseln, so siehts aus. Den Charakter einmal bei dem Tod ändern. Das kann ja hier nicht sein. So. Also heute mit Diddy Kong. Ja, der muss auch mal seine Rolle bekommen. Der muss auch mal dran kommen. Im Spiel. So. Diddy Kong. Pfad der Prüfungen. Auf gehts. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. Auf gehts in den Pfads der Prüfungen. Die nächste Ebene. Ich habe auf dich gewartet, Diddy Kong. Kneifküste. 0 von 14 geschafft. 14 Herausforderungen. Schaffen wir heute hier eine Kneifküste. Auf gehts. Ohne viel zu zögern geht es hier an den Strand. Um die Küste. Weißt du, Diddy Kong. Keine mehr ist mehrseits als in den Wassern von diesem Küstenstreifen. Das hat in den vergössenden Tränen vorheriger Wettkämpfer liegen. Erkenne es aber, du schaffst das schon. Was für ermordigende Worte. Ordentlich Geld schaufeln. Zählen mindestens 20 Münzen ausgraben. Ok, die erste Quest wartet auf uns. Am Strand. Der salzige Meere. Auf gehts. 20 Münzen ausgraben. Ok. Wie wird gebuddelt? Achso, so wird gebuddelt. Ok, ich habe schon 10er. Und 17? Nein. Ok. Es müsste eigentlich nichts zu schaffen sein. Da wo es vibriert wahrscheinlich. Hier vibriert es. Na komm. Buddel. Knochen trocken. Was machst du? Was machst du? Was überrein? Laufst du weiter? Ähm. Ja gut. Ich war gar nicht knochen trocken. Ich dachte die ganze Zeit, weil ich im letzten Abend noch knochen trocken gespielt habe. Oje. Festbarmen des Todes. Ich habe auf knochen trocken geguckt. Während ich eigentlich Diddy Kong gespielt habe. Ja gut. Passiert. So, Diddy Kong sind wir. Ich habe nicht gewundert was Diddy Kong macht. So wird gegraben. So wird gegraben. Diddy Kong war ziemlich gut im Spiel. Ehehe. Ehehe. Eheh. Eheh. Ich meine, Knattern am letzten Spiel ziemlich gut. Acht haben wir. Oha. Sieht gar nicht gut aus. Eins. Da muss mich immer ein bisschen was anstrengen. Ich habe noch eine neue. Ich habe noch eine. Fast die. Schnell ist die Prüfung verkackt. Oder was. Na gut. Dann geht es halt weiter. So. Ich lasse mich weiter Magic Kuppern. So. Zweite Prüfung. Bei der geht es. Fruchtfächter. Mindestens 45 Punkte erreichen. Okay. Machen wir es. Oh nein. Oh nein. Es ist ein Rhythmusspiel. Es ist ein Rhythmusspiel. Verdammt. Das kann ja nichts werden. Momentan ist es noch relativ gut. Oh verdammt. Man muss wieder genau auf den Rhythmus passen. Mal zu spät. Gibt es nur ein bisschen weniger Punkte. Verdammt. 42. Jo. Geschafft. 49. 45 musste ich nur. Geschafft. So. Weiter geht es. Die Prüfung. Oh. Durchgekommen. Und. Mal. Intim. Was spielen wir? Ein bisschen Buss. Ein bisschen Boxierung. Nicht aus der Arena schleudern lassen. Ok. Verstehen. Let's Go. Aha. Ach. Kittenhund. Mit Daisy drauf. Ausweichen. Erstmal ausweichen. Ja. Was heißt einfach nur. Ha. 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 Ich glaube, wenn die anderen überleben. Nein. Okay. Lassen wir uns nicht auf Tarina fördern. Rumsalina. Heute die Prinzessinnen-Power. Nein. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Lassen wir uns nicht aus den Brennen hauen. Das war knapp. Das war... Daneben. Verknallt. So ein Mist. Na gut. War den Versuch wert. Weiter geht's. Nächste Prüfung. Prüfung Nr. 4. Wenn ich nicht komplett errore. Auf geht's. Herz am rechten Fleck. Dabei habe ich den doch am linken Fleck. Ha. Mindestens 30 Punkte ohne Fehler erzielen. Okay. Ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Spielen wir. Kriege ich hin. Sollte machbar sein. Mindestens 30 Punkte ohne Fehler. Ach du Hängige. Ohne Fehler. Na dann Concentration. Ziehen Richtung des Herz. Keine Fehler. Ich darf mir keine Fehler erlauben. Na komm. Keine Fehler. Kingen wir hin. Fast erreicht. Hör. Verdammt. Das war ein Fehler. Schon vergackt. Mist. Das kriegen wir hin. Na komm. So schwer ist das nicht. Konzentration bei The Game. Na. Hier. Und da. Da. Ganz da aufpassen. Von Runde zu Runde wird es immer kniffliger. Und links. Und rechts. Und rechts. Und oben. 31 Punkte. Und da. Und rechts. Auf observe. Nachdem. Du siehst. Verstügt. Verstügt. Nachdem. Beschäft. Nachdem. 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 gibt es die gibt es nicht und da ist Monty Maulwurf wenn ich eigentlich heute spielen wollte kommst du in mein Team keine hellen Sachen gegnerisches Team besiegen okay Monty Maulwurf ist in meinem Team auf geht's okay es wird ein bisschen knifflig aber das kriegen wir hin wenn man Monty Maulwurf wird das kein Problem sein na ich so du so wie ihr neues Team besiegen ist die Aufgabe na komm Monty Monty nice 2 die haben schon das dritte gleich na Kontinums nice geschafft ist man wirklich Forst 3 mit I und I Forst 2 der schafft ja schafft jetzt weiter geht's Boomerang Bärschuss und es sind 60 Punkte erzielen ah ok das hatten wir doch schon mal oder dann irre ich mich da und wenn ich mich nicht komplett irre hatten wir das schon mal in einem vergangenen in einem vergangenen Level in einer vergangenen Route hier ach so ich bin ja die Konk vergastet fast 60 Punkte ach du heilige heilige Makrele na komm das kriegen wir hin 40 das wird knapp aber das kriegen wir hin haben wir schon easy peasy lemon squeezy haben wir sogar 80 hingekriegt 90 haben wir hingekriegt 94 ach easy peasy easy peasy easy peasy lemon squeezy Fürst 3 gar kein Problem woher hier am Strand wer hier so alles rumkümmelt ist hier am Strand nicht den Faden verlieren ach du Schande das Spiel dieses Spiel mit Combs zusammen das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ok versuchen wir das Spiel mit dem Club von es wird krank ich sehe es ja schon so der Mutts dann als nicht ähm, Buhu, 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 siehst du nicht, was ich mache? Das ist bei den, das ist bei den Coms immer, immer so ein Ding. Nein, nicht. So kann ich nicht arbeiten, Buhu. Na komm, noch einmal, das ist... Die Maschine sieht halt auch nicht, was man machen will. Stell dich da unten hin, Buhu, stell dich da unten hin. Und ich mach das für dich, ich mach das, Buhu, Buhu. Wir versuchen es noch ein paar Mal, zweimal versuchen wir es noch. Na gut, ähm, dann kommt jetzt ich hier rum und dann du. Na komm, ja komm, haben wir schon, sehr nice, ein Punkt wenigstens. So, hier in der Mitte, ich geh da und du gehst da. Wir treffen uns, sehr gut, das letzte Spitze. Besser als ich je erwartet hätte. So, ich mach den, stell dich da unten hin, stell dich da unten hin und du bleib dort stehen. Buhu. So, ich jetzt hier und du dann, oder ich stell mich dorthin. Jetzt haben wir uns vorhin, hey, dort. Na komm, das kriegen wir hin, NM. Ich stell mich hier unten hin und du machst das, oder? Na komm, na komm, na komm, Buhu, 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 runter und... Ende. Echt doch, warum nicht gleich? Warum nicht sofort? So, oh, wen haben wir denn da? Pompom, so langsam wirkt es schwieriger. Möchtest du dich ausruhen oder weiterspielen? Weiterspielen? Oh, an Pompom können wir die nicht mitnehmen. Die ist doch... Hau nicht ab. Ich will dich mitnehmen. Du fließt mir doch in meinem Team. Ist die letzte freischaltbare Charakterin. Wenn schon richtig. Und bisher sieht es gut aus. Haben wir jetzt zwei nicht geschafft. Klotzkanonierer. Mit sieben Schüssen schneller als Gegner. Alle Klötze umstoßen. Okay, machen wir es. Let's go. Okay. Ich bin links. Alles klar. Ach, das muss ausladen. Das ist ja sehr lame. Na komm, sieben Schüsse. Alles abräumen. Und mit langsamen Schüssen. Nach und zwei habe ich noch. Bartz. Und. Bartz. Ja, ich war schneller. Sehr gut. Sehr gut. Perfekte. First 2. Und weiter geht's. Nächste Prüfung. Der raffinierte Ruck. Mindestens 20 Punkt erzielen. Das sieht doch wieder. Das sieht und klingt doch wieder nach einem Manni-Spiel. Oh, Schande. Versuchen wir es. Aua. Scheiße, es ist ein Manni-Spiel. Naja, es ist auf jeden Fall ein Manni-Spiel. Zu früh. Passt 20 Punkte durchkriegen. Das wurde auch nie was. Na. 10 krieg ich vielleicht hier. Äh, nicht mal 10. Ich und Rhythmus-Spieler. Wir werden nie freuen nach uns im Leben. Rhythmus-Spieler. Na. Zu früh. Viel zu früh. Na. Verdammt. Ich hab den Rhythmus nicht. Manchmal klappt's, aber leider nicht zu ja nicht oft genug. 3 Punkte. Die anderen sind schon bei 9 oder 10. Ah, okay. 10 hasse ich. Nicht mal 10. Oh wei. Moment, schlechteste Runde so zum Schluss. So, Magic Koopa. Lass mich weiter. Lass mich durch. Ja, scheiß Rhythmus-Spiele. Kann ich ja nix dafür, dass die einfach so kommen. Du musst das Spiel doch wissen. Mauerlauf. Okay, das kann ich. Auf Mauern kann ich laufen. Also ganz alleine. Ist ja fies. Start. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht runterfallen. Lieber langsamer sein. Nicht runterfallen, als zu schnell und dann runterfallen. Ich mein, wir haben 50 Sekunden. Das wird machbar sein. Aber können wir ein bisschen langsamer laufen? Oder? Ja, wir haben alle Zeit der Welt. Na komm. Zack. Da ist es. So gar recht schnell. Der schafft. Wir haben einen zweiten Versuch. Geht. Das geht noch ein Stück schneller, aber... Ja gut. So, ein schöner Sonntag. Willst du eine Pause machen oder willst du weiterspielen? Ich will weiterspielen. Ich spiele bis zum Schluss jetzt hier. Diese Route muss zu Ende gebracht werden. Fast geschafft. Das freut mich doch. Das sind motivierende Worte. Das sind motivierende Worte. Münzen, zehn Münzen, Algartha und Wohlstand in den Wolken. Okay, auf geht's. Auf Wolke Nummer 7. Start. Na komm. Was hab ich jetzt gemacht? Muss die Wolke auswählen oder was? Ah, okay. Verstehe das System. Ich gehe trotzdem in die Mitte. Kann ich zu wierig sein, sonst kriegt's keiner. Ach, verdammt. Ja, war mal zu wierig. Zehn Punkte muss ich kriegen. Zehn Münzen. Na gut. Das sind fünf Münzen. Ich bräuchte eigentlich dringend. Ja gut, sechs. Nah am Ziel. Na komm. Gönns mir. Gönns mir, Leute. Nice. Ich hab schon elf. Damit haben wir's geschafft. Letzte Runde. Na gut, jetzt kann ich ja ich versuch's. Ich gehe auf Risiko in der Mitte. Ja. Wo ich noch nix gegangen bin. Ach ja. Links und rechts wär auch daneben gewesen. Tja. Na ja. Fürst 2. Was find ich mehr? Vor allem Münzen. Mehr als ich musste. Und weiter geht's mit dem nächsten Spiel mit Bowser. Oder gegen Bowser. Rache ist süß. Gegnerisches Team besiegen. Okay. Wahrscheinlich mit Bowser. Zucker bei der Schlacht. Die Tortenschlacht. Und das hatte ich schon mal. Die Tots bringen Kuchen. Wie süß. Lassen wir uns nicht treffen. Und zack. Das Gingelsteam ist mal besiegen. Fünf. Na komm. Na komm. In your face. In die Fresse. Noch führen wir. Noch sind wir gut dran. Ja. Schensky. Sie sind gefeiert. In ihre Fresse. Mit den Kuchen. 17 zu 15. 17 zu 16. Uh. Uha. Sehr knapp. Aber wir haben abgesahnt. Im Borsten Sinne des Wortes. So sieht's aus. Und weiter geht's. Vorletztes Minispiel. Wenn ich richtig sehe. Also. Ja. Vorletztes. Vor der Prüfung. Vor der letzten. Vor dem Bosskampf. Bomben. Hinten. Ah. Okay. Verstehe. Gegner besiegen. Gegner besiegen ist das Ziel. Und. Oh. Ich hab aber ein ziemlich großes Ding. Ich muss die anderen abwerfen oder was. Verdammt. Zurück damit. Zurück. Zurück. Hier wird nicht gewonnen. Ich werf alles wieder zurück. Ich hab den Großhorn. Es kann. Na komm. Weg mit euch. Weg mit euch Bomben. Bomben. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. 9 zu 8. Huu. Sehr knapp. War mal wieder mehr Glück als verstanden. Mehr Glück als können. Aber wir haben's geschafft. Das ist das Einzige, was zählt. Oh. Vario. Du hast es echt weit geschafft. Aber du hast es zum Schluss. Was? Aber auch keine Schande. Ja, auf geht´s, kriegen wir doch hin, Tau ziehen, können wir. Na komm, ich bin mit Knochentrotten und Buhu, Dunkel von Mario und Mario. Schon verkackt. Ist ein starkes Team. Dass Mario mit Mario zusammenarbeitet, das hätte ich auch nicht gedacht. Na komm, noch einmal. Versuchen wir es. Erneut. Drei, zwei, eins, zwei. Na komm, zi zi zi, warte, zi zi, warte, zi zi, warte, zi, warte, zi, warte, zi, warte, zi, warte, zi, warte, zi. Nein, nananana. Nein, nein, nein... Ich war schon so gut dabei... Ihhh, Ende... Ach, verdammt. Na komm... Dritter versuch. Weg geben niemals auf. Weiter geht's... Bis zum bitteren... Bis zum bitteren Ende.... Na komm... Ich drück mir die Wunden und die Finger auf uns... B-fredammelt, also d-d-d-d-d-d-d-d D-d-d-d-d-d sorryd-d-d-d-d treatments, d-d falschd-d рай-d I-d decremelnd, d-d Punk mattress. Fau-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z.. Leute, Rosa, du bist auf meiner Seite. Wir sind stark. Na komm. Das werden wir doch wohl aushalten. Gegen nach Steam 7 wahrscheinlich auch noch. Wir müssen die auf unsere Seite ziehen und anscheinend geht nicht. Ich will mir noch kurz die Spielsteuerung anschauen. Schnell hintereinander ziehen, achso, schnell hintereinander, achso, öhja. So, mal kurz ziehen, da komm, da komm, da komm, da komm, da komm, da komm, mach ich doch. Okay, das sieht nicht so gut aus. Da passiert hier fast gar nichts. Okay. Versuchen wir es. Irgendwann schaffen wir es vielleicht. Ich mach meinen Kontrolle kaputt. Ich bin ganz verstehe. Achso, ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Achso, ich bin ganz schön. Achso. Achso, du bist. 3 2 1 Los! Na, komm, na komm, na komm! Zieh, 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 zieh! Das macht mir gar nix. Also ich mach schon was, aber es passiert nix. Hier passiert nix. Woran nix? Ich muss den anderen Charakter nehmen, oder? Sind ich denn zu schwach dafür, oder? Woran nix? 3, 2, 1, los! Ich drück ja schon! Ich drück! Ich drück! Ich drück! Ich drück wie wild! Na komm! 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 Ich zerstöre noch meinen Controller! Das.. das.. will einfach nicht das.. Ich versteh das Minispiel vielleicht nicht, aber.. Ich muss es verstehen. Ich muss es irgendwie hinkriegen. Diesen Eingang muss doch drücken. Das ist doch der! Ich demoniere noch den Knopf. Ganz aufdrücken, 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 ganz aufdrücken. Das geht es immer nicht. Wir müssen das jetzt schaffen, wenn wir hier noch Stunden beschäftigt sind. Ich hatte eigentlich heute noch was vor, aber... Gut. Dann halt hier ein bisschen... Seil ziehen, tot ziehen am Rand. Na komm, na komm, na komm, was macht ihr, was macht ihr denn? Was ist denn hier los? Ist es das wirklich? Muss ich vielleicht einen anderen Charakter nehmen? Muss ich hier mal rausgehen und... Kann ich überhaupt rausgehen? Muss ich mir mal Donkey Kong oder Bowser besorgen? Jetzt sind wir hier nur Schwachmaten auf der Seite. Drei, zwei, eins, los! Ich drücke, ich drücke, ich drücke! Ich drücke! Ich drücke! Ich drücke! Na komm, Leute, Leute! Was denn! Was denn! Das... Das ist... Kopfkratz. Das kann ja nicht wahr sein. Ich will den Part jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen, aber... Ich muss... Na komm, na komm, na komm, irgendwas mache ich schon richtig. Na komm, na komm, na komm... Jetzt ist es zu stark, aber wird es zu schwach. Ich tue es nicht, Kapihan. Was bleibt anders übersetzen, einen Versuch zu starten? Jetzt mal Kommentar los. Ich will das mal hinkriegen. Zwei, eins, los! Ja, was ist da noch gehen? Irgendwas muss doch irgendwas irgendwie... Irgendwas muss... Irgendwas muss... Irgendwas muss... Irgendwas muss... Irgendwas muss es doch dabei geben. Irgendwas... 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 Schnell hintereinander ziehen, schnell hintereinander ziehen, schnell hintereinander in den Kopf, freigerecht, mach ich, mach ich, mach ich doch, mach ich, mach ich, ich mach nichts anderes. Es ist mir ein Rätsel. Drei, zwei, eins, los! Ich verstehe es nicht. Ich muss mir vielleicht einfach mal... Ich hole mir jetzt mal Donkey Kong mit dazu, ich weiß, ob ich dann alles verliere, ob ich dann das nochmal machen muss, aber ich hole mir meinen Start und Tick dazu. Dann weiß ich auch nicht. Was? Peach? Zieh uns da rein, das Team ist jetzt Peach. Okay. Donkey Kong gegen Peach. Drei, zwei, eins, los! Ja, komm doch, Rico, wenn du das nicht kriegst, dann weiß ich auch nichts. Ach, komm, Ende! Okay, daran liegt es scheinbar nichts. Das ist die vorletzte Piste, also... Ich will jetzt hier nicht kapitulieren. Ja, fünf Versuche noch, dann mach ich aufs Screen weiter und dann muss ich leider kapitulieren. Dann muss ich dann aufs Screen weiter üben. Na komm, na komm, na komm, na komm! Sieben heißt wahrscheinlich, hier rüberziehen. Das heißt... Medienkontrolle halte ich schon richtig rum, das ist... Vier Versuche. Ich mach genau das, was in einer Anleitung steht, also... Wenn die Anleitung ist falsch, oder... Da kann man sich mal drücken, da kann man drücken, da kann man drücken... jetzt scheinbar gleich raus habe, aber... 3, 2, 1, los! Na komm, 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 das ist gar nicht wahr. Vielleicht wieder Rhythmus oder irgendwas, vielleicht musst du den Rhythmus draufdrücken oder was will das Spiel von mir? Ich verstehe es nicht. Ich bin am Ende meiner... Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Na komm. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Nee. Wirklich nicht. Letzter Versuch. Das tut mir herzlich leid, dass ich euch den Sieg dann darüber nicht zeigen kann, aber ich habe auch noch anderes zu tun. Ich kann mich hier nicht stundenlang aufhalten. Ich nehme ja jetzt schon... Ich glaube, gleich nehme ich eine Stunde auf. Ich wollte den Part ja nicht zu lange unterziehen. Das ist wahrscheinlich schon ein Stundenpart. Und ja, jetzt will ich wegen... ...der Scheißspiel. Also ich verstehe es. Ich verstehe... Ich verstehe die Steuerung einfach nicht. Ich werde es vielleicht nachher aufs Screen mal ein bisschen versuchen. Nächste Part. Wann kommt der nächste Part? Das ist bei Mario Party. Ich guck mal kurz nach. Ich weiß ja auch nicht. Ich kann ja auch nicht. Ich kann ja auch nicht zaubern. Mittwoch. Freitag ist jetzt... Freitag ist jetzt... ...ist... ...ist... ...ihoh... ...kann ich mir ein bisschen Zeit lassen und das mal aufs Screen ausprobieren. Jedenfalls... ...ja... ...bleibt mir jetzt nichts anderes übrig als für diesen Part zu kapitulieren. Seht ihr am nächsten Part, dass ich es geschafft habe. Ich mache... ...offscreen noch ein bisschen... ...tauziehen und... ...ja... ...vielleicht schaffe ich es ja dann... ...sehr schnell. Offscreen ist ja ein bisschen was anderes, wenn die Kamera da ist und das filmt. Das sind auch ein bisschen andere Situationen. Ja, ich verstehe gerade die Spielstaben nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. Ja, das macht's gut sein für heute. Ich glaube ich nach oben, es soll es euch gefallen haben. Lasst dann aber da mit nerden. Man sieht sich den nächsten Tag wieder. Dann mit der geschafften Prüfung hier. Outerinnen. Man sieht sich. Ciao, ciao. Das geht doch nicht. ARD Text im Auftrag von funk, ça geht doch von dark not. ARD Text im Auftrag von funk,âl 탭. ep Sit und представляете mein dr Haufen. Run. 3